Hallihallo, der Beutel hier. Willkommen zurück zu Ark Genesis. Ihr seht, ich bin zurück im Moor und zwar will ich mir Verstärkung holen. Ich habe offscreen ein bisschen was zusammengefarmt, habe dabei einen Schwein gefunden und zwar, hier ist es, das Schwein heißt Trüffel. Es ist weiblich, es ist Level 230. Ursprünglich hat es glaube ich 150 irgendwas. Genau, das wird uns unterstützen. Wir müssen das, kam gestern ein Tipp von Taxigurke, wir müssen das auf die Schweine auf Nahrung skillen, weil durch das Heilen verbrauchen die immens viel Nahrung. Das bedeutet, dass hier die komplette Bude leer ist. Das bedeutet, wir haben kein Fleisch mehr, nichts. Haben wir hier gar nichts mehr. Ach du Schreck, Leute. Gut, dann müssen wir mal ganz kurz, wir bauen noch schnell den Sattel oder habe ich den schon gebaut? Hier ist ein Karno-Sattel, ist gebaut. Okay, passt auf. Dann komm mal mit, mein Guter. Wir nehmen jetzt das Schwein, das neue und den Spino mit in die Eiswelt, weil die brauchen wir dort als Unterstützung, weil diese, diese Terrys, die sind einfach mal so krass, die machen so immens viel Schaden. Jetzt müssen wir aber erstmal schnell uns Fleisch holen mit den Zweien. Ich hoffe, das klicken wir hin und wir finden hier was. Was? Hat denn der Spino noch? So, ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Zeige ich mal her. Du hast auch kein Fleisch. Okay, das bedeutet, wir müssen Fleisch ranholen. Da finden wir doch bestimmt was, Leute. Da finden wir doch bestimmt was. So, irgendwas Großes wäre gut, ne? Wir gehen mal kurz hier runter. Äh, hier hoch. Ja, runter hoch. Ist in der letzten Folge alles ein bisschen chaotisch verlaufen, aber letztendlich, naja, das ist halt arg. So, wie wir es kennen. Seid ihr dabei? Ja, ihr seid dabei, super. So, da haben wir doch schon was. Das müssen wir killen. Wir brauchen unbedingt Fleisch. So. Na? Wieso geht das nicht? So. Okay, die machen ordentlich Schaden. Na? Ich kann es nicht anwählen. Warum? Dann machen wir es so. Super. Was hat denn der große Dicke da? Oh, hier sind Raptoren. Vielleicht noch, was habt ihr hier für Level? 45er. Ein 15er. Ja, 20. Wir brauchen mehr Fleisch, ne? Das reicht nicht. Wir brauchen richtig viel Fleisch für die. Was hat der hier? 55er Stego. Los, den holt ihr euch. Ihr zwei Hübschen. Macht einen Platz. Nicht zu den Raptoren, Leute. Nicht zu den Raptoren. Und jetzt weg dort. Weg, weg, weg. Kommt. So. Wie viel habt ihr denn eingesammelt, Leute? 102. Und du? 51. Das reicht vorne und hinten nicht. Wenn die Raptoren jetzt hier nicht wären, würde ich den großen Dicken hier noch machen. Die 20er, los. Pullt ihn euch. Das Schwein hängt fest. Scheiße. Aber da wird er es schon schaffen, ne? Ja, der Spino ist gut. Jetzt kommt das Schwein mit dazu. Okay. Okay. Hast du gut gemacht. Ja, Gesundheit sieht bei dem richtig gut aus. So, wir gehen bei dem auch noch ein bisschen auf Gesundheit. 329. Wir brauchen eigentlich mehr. Wir brauchen noch viel, viel mehr. Was ist denn das hier? So, Leute. Kommt mit. Wie viele Raptoren sind denn das? Ja, super. Die Raptoren sind schon mal durch. Wir brauchen mehr. Warte mal, Schwein. Hör mal auf mit deiner passiven Heilung. Ach so, das ist eigentlich deaktiviert. Komisch. So, passt auf. Wir brauchen mehr. Wir brauchen einfach mehr Fleisch. Das nützt nicht. Ach so, und du schmeißt mal ganz kurz. Du hast doch hier bestimmt Zeug eingesammelt, was du nicht brauchst. Na ja, ist eigentlich okay. Du hast doch noch ein bisschen Gewicht. Das läuft. Das läuft. Wir suchen uns noch ein großes Tier. Noch ein großes Tier und dann gehen wir rüber. Das Problem ist, dort ist gleich am Spawnpunkt, ist dort ein großer Terry. Und mit großen Terry meine ich wirklich großen Terry. Oh, ein 125er Steko. Ein 130er. Das könnte ein Problem werden. 25er. Da, nehmen wir den Steko. Ich hoffe, die sind weit genug weg, dass die nicht mit angreifen. Das wäre fatal. Ja, die machen ordentlich Schaden. Das ist super. Das ist super. So, was für ein Level hattest du hier? Du warst der 130er. Das ist zu krass. Haben wir hier einen 5er Iguanadon. Den nehmen wir mit. Ohne Ente Fleisch brauchen wir. So, und jetzt noch den hier. Ich hoffe, der ist weit genug von dem 130er entfernt. Das Schwein hängt immer ein bisschen hinterher, ne? So, gut. Kommt her, ihr zwei. Jetzt sollten wir doch genug haben, ne? Gleich mal her. Äh, 600 Fleisch. Und du? 109. Guckt mal, wie viel das frisst, ne? Das ist komplett runter mit der Nahrung. Das ist heftig. So, alles klar. Wo ist Helena? Wir gehen jetzt... Wo ist sie? Da. Die will ich schon wieder nicht. Biome teleportieren. Warum geht's nicht? Hä? Warum geht mir das nicht? Ach so. Hm. Weil ich schon wieder das Fernglas in der Hand hab. So. Arktis im Süden, ne? Teleport bereit. Ich hoffe, wir überleben das. Ich hoffe, wir überleben das. Wie gesagt, an dem Spawnpunkt, wo wir jetzt rauskommen, sollte ein richtig High-Level-Terry sein. Ich hab Angst. Die Terrys, die sind echt bitterböse. So. Komm mal noch ein Stück hier rein. Bitte. Bino. Bino. Genau. So ist es schön. Auf geht's! Ich hoffe, ich hab beide mit teleportiert. Das soll nämlich manchmal ein bisschen buggy sein. So. Ich nehm die Armbrust. So, hier runter. Los, 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 Leute. Da ist der Terry, da oben. Ist das der? 145er. Der ist zum Glück dort oben. Aber der kann ja jederzeit hier runterhüpfen, ne? So, kommt schnell, schnell, schnell. Euch geht's allen gut, ne? So. Also, einmal stehen bleiben. Dann gib mir mal dein Fleisch. Huch. Gib mir mal dein Fleisch. Das hau ich jetzt hier in die Kiste, dass die Schweine ordentlich was zu essen haben. Oh, ich bin schon wieder am Erfrieren. Ja, 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 ja. Ich geh ja schon rein. Oh. Alle Feuer aus. Scheiße, haben wir Holz? 120 Holz nur. Okay. Nächster... Nächster Plan ist, Holz ranzuholen. Kabel teilen, halbieren. Hau rein. Feuer entzünden. Feuer entzünden. Leute. Ganz kurz aufwärmen. So, dann hol ich Holz. Boah, ist das übel hier. Im Schneegebiet. So, ganz schnell Holz geholt. Hier ist alles friedlich, ne? Ihr seid friedlich. Sehr gut. Was ist denn das hier? Ist das die gesuchte Tasche? Ach, das ist nur ein Sattel drin. Scheiß drauf. Das war aber nicht viel. Hier ist noch ein Baum. So, alles klar. Holz ist geholt. Wir können die Hütte schön warm machen. Der Terry macht mir allerdings immer noch Sorgen. Der ist dort oben. Der ist direkt bei unserem Haus, Leute. Ich krieg die Krise. Lass mich mal hier rein, bitte. So. Rabel teilen, halbieren. Raust du hier mit rein. Feuer entzünden. Hier auch. Feuer entzünden. Leute, das ist richtig übel hier in der Gegend. So. Lass es mal schön hier aufwärmen. Habe ich denn keine Klamotten oder was? Ah, ne. Ich habe immer noch Schettinklamotten. Aber wir hätten doch. Im Prinzip haben wir doch Pelz gesammelt. 131. Das bedeutet, wir können uns schon mal ein bisschen was machen. Rüstung. Pelz. Was brauchst du da? Ach, wir haben keine Metallbahnen mitgenommen. Das ist ärgerlich, Leute. Äh, wo ist meine Drohne? Wir kaufen einfach welche. Wartet mal. Ich gebe erst mal den Karno. Seinen Sattel. Hier. Den hast du dir verdient. Die Bolas raus. Alles klar. Die Bolas hauen wir hier in die Werkbank. Da ist meine Drohne. So, Helena. Brauch dich mal ganz kurz. Bleib mal stehen. Kann dich nicht anwähnen. Warum kann ich dich nicht anwähnen? Das geht hier drin um Scheiße oder was? Achso, er hat auch Hunger. Zum Glück haben wir Essen. So. Lass mich mal hier raus, Mensch. Oh oh. Jetzt kommt gleich der Terry. So, Leute. Pass auf. Okay, es geht los. Es geht los. Bitte schafft den. Bitte schafft den ohne Verluste. Ja, die haben ihn. Die haben ihn. Die haben ihn. Oh, Leute. So, passt auf. Ich bin, ich bin ein bisschen. Kommt mal alle hier her. Kommt mal hier her. Lebt ihr alle noch? Sehr gut. Oh mein Gott. Du kriegst nochmal auf Gesundheit. Die Dinger nehme ich dir weg. Die kommen jetzt hier in den Kühlschrank. Okay, ich muss den Typen anders stellen. Ich muss den Typen anders stellen. Komm mal hier rüber. Kommt doch mal hier rüber. Meine Güte. Na, noch ein Stück. Das ist gut. So, kurz gucken. Das ganze Fleisch muss raus aus euch. Weil das verdirbt nämlich nur, wenn man so eine Futterkiste hat, verdirbt das in dem Inventar. Ach, hier haben wir auch noch 144 Stück. Sehr gut. Die lassen wir mal drinnen als Notrat. Äh, Not. Notrat? Ihr wisst schon, was ich sagen will. Ich bin durcheinander. Ich bin angespannt. Das ist hier echt eine üble Nummer. So, das brauchst du nicht. Das brauchst du nicht. Wo hast denn du eigentlich das hier? Guck mal, wie die das Fleisch wegnaschen, ne? Das ist echt extrem. Krass, ey. So, hab ich jetzt alle geleert. Ne, das wollte ich nicht. Egal, da gucken wir so ins Inventar. Her damit. Und du. Das hier können wir doch auch alles rausnehmen. Mios. Kommen wir jetzt alles in die Futterkiste. Oh, ich bin leicht überladen. Oh, Leute. Ich bin so angespannt. Also. Zack, 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 zack. Und zack. So, wir kaufen jetzt bei der Helena Eisenbahnen. Ich hoffe, die sind nicht so teuer. Hexagone tauschen. Wo sind die Eisenbahnen? Hier. Wow. Auch ganz schön teuer. Katsching. Hat so jetzt. Danke, Kumpel. Jo, kein Problem. Ich hoffe, das reicht für eine kleine Pelzrüstung. Huch, jetzt hat er gekackt. So. Rüber, rüber. Rüber, drüber. So. Rüstung. Pelz. Ah ja. Da geht's los. Hose. Und dann hört's auch schon wieder auf. Was brauchen wir da? Warum? Das ist echt übel, Leute. Das ist echt übel. Okay, wir haben erstmal eine Hose. Wir brauchen mehr Pelz. Wir brauchen mehr Metallbarren. Die Frage ist, finden wir hier auch momentan. Ich muss erstmal ein neues Holz organisieren. Das ist heute mehr so eine... Wir kommen langsam rein, Folge. Holz brauchen wir ohne Ende. Weil die Öfen müssen laufen. Und wenn wir hier irgendwo einen Metallbubbel sehen, wäre das eigentlich nicht verkehrt. Na, das ist natürlich doof hier. Jetzt ist der Baum direkt mit dem Stein gespawnt. Leute, Leute, Leute. Das hätte ich nicht gedacht, dass es so hart wird. Wir haben es ja im Multiplayer, sind wir ja auch im Schneegebiet. Aber da war es wesentlich angenehmer. Aber da lag es daran, dass Mackie mir schon Pelzklamotten und sowas vorbereitet hatte. Was ich jetzt hier einfach nicht hab. So, wenn unten rechts ein Eiswürfel zu sehen ist, ist das immer nicht gut. Stern ist okay. Kodierung ist gerade leicht überlastet, Leute. Das könnte jetzt ein bisschen ruckeln und zuckeln. Warum auch immer. Da müssen wir durch. Das liegt an dem Schneegebiet irgendwie. Das frisst immens Ressourcen. Wenn man hier so lang latscht. So, okay. Holz ist da. Erstmal ein bisschen was. Ist nicht viel, aber... Ein bisschen. So, die komischen Bären hier kannst du doch auch alle hier... Hier reinschmeißen. So, Leute. Wir brauchen Pelz und Metall. Kommt mal alle mit. Meine Güte fressen sie viel. So, was hast denn du hier für ein Level? Und was käme Pelz? Oh, jetzt bist du trotzdem dran. So, da oben ist ein Nashorn. Das gucken wir uns mal an. Ich muss immer auf meine Gesundheit achten. Ein 20er. Wir brauchen halt das Fell. Das nützt nichts. Wir brauchen Fell und Metall. Wenn wir hier irgendwo eine Metallbubble sehen, müssen wir sofort anfangen, das abzubauen. Das habe ich natürlich vergessen. Problem ist, hier ist ein 20er. Da ist ein 145er. Wenn wir das jetzt angreifen, geht das 145er mit. Ein 135er Mammut. Das schaffen wir alles nicht, oder? Weiß nicht. Da ist noch ein 130er. Krass. Also so ein Nashorn zähmen wir uns später auch noch. Jetzt leckt es wieder extrem. Das ist halt die Frage. Schaffen wir einen 130er Mammut? Eigentlich würde ich es lieber zähmen, ne? Ein 135er. Ich würde es lieber zähmen, Leute. So. Da unten hüpft doch einiges rum. Was haben wir denn da? Das hat nur 50. Das können wir doch nehmen. Wir brauchen deinen Pelz. Das tut mir leid. 25er. Affenmann. Noch ein 135er. Alter, was macht denn das für Schaden? Kriegt ihr das hin, Leute? Ja. Wuh. Das ging ganz schön auf die Gesundheit, Leute. So. Also Nahrung soll ich die. Okay. Leben noch alle? Der Karno ist zur Hälfte runter. Der auch. Okay, wir müssen wieder nach Hause. Das nützt nichts. Obwohl, macht man noch schnell das hier. Boah, ey. Bin ich angespannt, Leute. Hier den auch noch. Brauchen alles, was wir an Feld bekommen können. Oh, da kriegt... Da kriegt irgendwer noch Ärger. Oh, der Affenmann macht hier mit. Shit, wir müssen hemen. Ich seh's grad. Gesundheit. Oh, oh. Ob wir das noch schaffen? Kommt ihr? Gesundheit ist im Keller. Boah, Leute. Und die Kodierung ist total überlastet. Ja, das brauchen wir. Das ist ein Schaf. Das gibt gut Hammel zum Zähmen. Wie lange brauchen die denn für das Schaf? Na, ich geh schon mal hemen. Die werden schon kommen, ne? So, da oben wäre noch ein Mammut. Ein 15er. Ein Mammut hat bestimmt Vielfälle, ne? Und ein 130er. Alles klar. War das hübsch? Oh, ich muss schnell hemen. Achso, weil ich nichts gegessen hab. Da ist der Spino. Holt euch das Pferd. Und dann pullen wir das ganze Fell erstmal rüber. Oh, das war ein 145er Pferd. Egal. Ich muss das jetzt erst... Ich muss erstmal so handeln. Denn das nützt nichts. Kommt alle her. Lebt ihr alle noch? Äh, dann... Stehen bleiben. Fleisch ran. Oh, hier. Rohmorten. Oder wie das heißt. Na? Fell ran. So, das hier rüber. Und das muss unbedingt schnell in den Kühlschrank. Boah, Leute. So, haben wir aber immer noch keine Metallbarn. Das bedeutet, ich müsste eigentlich noch mal... Ich müsste eigentlich noch mal nach Hause. Ich will ein bisschen hochheilen. Also, ihr merkt, hier ist es richtig sauhart. So, hier hätten wir noch mal... Also, Fell haben wir jetzt genug. Jetzt scheitert es tatsächlich an Metallbarn. Warte mal, irgendwer hat doch hier Level ab. Hier nochmal Rohmarten. Wo hast du ein Level ab, ne? Kriegst erstmal auf Gesundheit. Auch starke Tiere. So, das Fleisch mit hier rüber. Gott, äh... Diese Schweine, die fressen ja so viel. Das ist ja der Wahnsinn. Okay. Wir haben alles bis auf Metall. Ich würde sagen... Ich beam mich noch mal rüber. Ihr überlebt hier. Wo ist es? Moor. In den Westen. Also, Fell haben wir jetzt genug. Jetzt fehlt es tatsächlich nur an... Ach, scheiße. Abbruch. Ich dusse. Jetzt kommt der Spino mit, ne? Tolle Wurst. Ach ja, und trinken gibt es hier nicht im Schneegebiet. Na gut, dann nehme ich den Spino jetzt einfach mit, dass der Gewicht trägt. Beim Teleportieren wird mir immer etwas schwummerig. Der Carlo ist auch mitgekommen. Oh je. So, wo sind wir hier gelandet? Wir brauchen Metall. Da sehe ich Metall. Aber richtig viel Metall. Das ist gut. Das ist gut. Oder sehe ich noch was anderes? So, komm mal her. Du kriegst das Metall. Nein, kriegst du. Au. Was war das denn? Naja, ihr habt es erledigt. Hauptsache, ihr habt es erledigt. Boah, ey. Das sieht gut aus. Kannst du noch ein bisschen was tragen? Ja, ja, du hast es noch. So, ja, wunderbar. Da haben wir doch schon mal 317 Metall. Komm, wir bauen das hier auch noch ab. Was wir haben, haben wir, wenn wir einmal hier sind. Ne, warum geht das nicht? Backe, was ist das hier? Das ist das Teil. Nehmen wir mal mit. Können wir ja auch im Schneegebiet gebrauchen. Nehme ich mal an. So, Spino, du kriegst auch was. Ich hoffe, die Schweine überleben da drüben. Wenn die da so alleine sind. Aber wird schon. Alles klar. So, Leute. Ja, da haben wir schon mal eine kleine Grundlage. Das brauchen wir noch in Ruhe ab. So, zack, zack. Ja, das ist genug. Mehr als genug. Alter, das hört gar nicht auf. So, wunderbar. Bino, das kriegst du noch. Zack, zack. Einen Schluck trinken. Was essen. Ja, die Stelle, die ich mir da gesucht habe, ist echt ungünstig. Ich muss mir Wasserflaschen bauen, dass wir hier immer mit Wasser versorgt sind. So, wo ist meine Helena? Da. Also, ich meine. In der Arktis, die Stelle. Die ist echt ungünstig. Da rennt ja die ganze Zeit hier rum. Aber hoffentlich leben die Schweine noch. So, ich klatsche mir mal noch was auf gesund. Ach, mal wieder einen auf Ausdauer. So bin ich ganz gut. Kommt. Kommt. Also, die, das Spiel läuft bei mir flüssig, ne? Aber ich sehe es im OBS, dass es ganz schön ruckelig ist. So, da vorne ist schon wieder Action. So. Alles klar, liebe Leute. Ich packe das Eisen in die Schmiede. Und in der nächsten Folge haben wir hoffentlich Pelzklamotten und können hier ein bisschen die Gegend erkunden. Vielen Dank fürs Reingucken und ein schönes Wochenende wünsche ich euch. Wir sehen uns dann am Montag wieder bei ARK. Ciao, ciao. Ciao.